Willkommen zu einem neuen Display, der Florian ist wieder dabei. Ja, und ich bin am sterben. Ja, und er hat ein bisschen weiter gespielt, ich bzw. nicht. Jetzt hol ich hier schön Stein ab. Ich war aber nur an Holzfarben. Esfana. Ja, und jetzt hab ich eine Unterwasserhöhle gefunden. Er wollte sich ertränken und dann hat er eine Unterwasserhöhle gefunden. Auch nicht schlecht. Ja, sollte ich öfters mal machen. So, haut drauf. Oh, mal eine halbe Stunde dann bist du jetzt tot. 1, 2, 3, 4, 5... Wartet mal kurz, ich mach kurz Pause. So Leute, wartet kurz. Flo, wieder lautstern. Flo, hörst du mich? Ja. Gut, dann könnt ihr auch weitergehen. Das war noch grad meine Mutter. Wegen Apfel. Ich hab keinen Plan, wo ich bin. Äh... Ja. Er drängt dich. Ich glaub das erledigen jetzt hier grad die 50.000 Monster. Und bin tot. So. 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 Heißt. Heißt, Creeper, schreck mich net. Ich hab doch gesagt, Creeper. Das ganze Dach ist am Arsch. naja das geht ja noch ja das war und noch die letzte irgendwie sieht so aus du bist ja voller Pfeile ja sag mal warum auch nicht immer in den Schlagbahn so wir haben Knochen und Pfeile dann Pfeile tu ich mal hier raus und tu das zu Waffen mit Werkzeuge so ist alles zu jetzt Achtung ich bau da hinten bei den Tieren noch zu ne das muss offen bleiben weil da gehts ne falsch da gehts runter die Decke hat er auch weggebombt gut die legen immer mehr Eier kein einziges das ist und noch zwei warte jetzt dürfen sie sich ja noch fahren da packt ein Ei das weiß noch wo wir so viele Ziele hatten wir haben die Eier eingesammelt die Eier eingesammelt okay da hatten wir immer voll Inventar danach beinahe ja und ähm immer wenn wir die Eier eingesammelt haben sie dann wieder gegen die Wand geworfen haben damit Hühner rauskommen haben sie schon wieder neue Eier gelegt das war am besten uns fehlt verdammt nochmal Stein wir müssen beide in die Mine farmen ok oh wir haben nicht mal genug Stein für ne Spitzhacke das ist nicht gut müssen wir mit Holzspitzhacken arbeiten warte ich bau grad mal ein bisschen Stein ab oh scheiße äh hast du einen Huhn gekillt? nein weil ich bin hier eben grad äh zwischen Hühnern durchgelaufen um Eier einzusammeln auf einmal hab ich ähm hohes Hühnerfleisch bekommen kurze Pause so wieder da da so ich hab nur zwei Spitzhacken ok? ok du hast ne Pfeile in deinem Kopf stecken da mach du mal E ich war kurz bevor ich gestorben bin hatte ich neun Pfeile in mir stecken einer davon an der unangenehmsten Stelle der Welt mhm so Stein 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 gäh? ja wozu brauchst du ein Stein? äh die Mauer ach stimmt Tavares Irgendwann will ich die mal fertig kriegen irgendwann will ich die mal fertig kriegen noch die Pistole Warte mal wir haben das jetzt erst 200 mb so ok verpackt wenn ich die Videos hochladen will dann haben wir über einen Gigabyte immer ja ja ich kann es aber mit zum Programm das habe ich jetzt das kann da kann ich die verkleinern das ist gut und hd ja ja schönen hd dann alles gucken achso ich ich hab bald auch so ein Programm ich kann es dir sogar schicken meinst du äh ne ich will ein bestimmtes haben ne warte 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 das ist so ein Youtube Konverter der tut es umarbeiten erstmal ein kleinerer Dateien und danach noch ja den kenne ich ja den kenne ich ja den kenne ich kann ich auch mit einem anderen Programm mit einem professionellen wie heißt das Chemtasia das ist der Schrott aber der ist gut einfach zu bedienen und bisschen Werbung machen ne Schleichwerbung können wir können uns bei Chemtasia melden und nach Geld verlangen vielleicht gegen es uns ja der Youtube Money Hater ja ja ok wir setzen einen Schnitt liken und abonnieren bitte danke 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 danke